Musik Was ist, was war der Highlight? Ich glaube, wir, wir alle, die wir hier sind, wir sind der Highlight. Für mich am allerschönsten, am allerwichtigsten überhaupt war der Austausch mit all diesen grandiosen, tollen, fantastischen Menschen. Ich hatte so unglaublich viel Spaß auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich unglaublich viel gelernt. Das, was hier passiert, ist Meilenstein in der Medizin. Es hat dazu geführt, dass ich mich entschieden habe, jetzt weiterzumachen und vor allen Dingen mit viel Herzblut und Freuden dabei. Ich bin noch ganz berührt von der schönen Veranstaltung, von dem wunderbaren QS24 Award, so viele wunderbare Menschen. Die Musik war fantastisch und das Team hat perfekte Arbeit geleistet. Herzlichen Dank. Wenn solche Persönlichkeiten an einen Ort kommen, ist es immer etwas Besonderes. Deswegen freut es mich, dabei sein zu dürfen. Ich sehe die Preisträger und wie hochkarätig sie sind. Und ich habe wirklich das Gefühl, es kommt jetzt was in Bewegung. Die Vernetzung mit Unterstützung zwischen Fachpersonen. Ich bin heute ganz begeistert, was da alles so auf mich eingeströmt ist. Ich glaube, mein größtes Highlight hier war einfach, so vielen Vorbildern hochzuschauen und einfach ihn nachzufolgen, mein Bestes zu tun. Und ich bin einfach sehr, sehr glücklich, hier zu sein. Ich bin unheimlich dankbar für die Inspiration, die ich auch heute wieder bekommen habe. Es war ein fantastischer Abend, Wahnsinnsatmosphäre. Einfach sprachlos macht das Zuschauer und Arzt, auch uns, die beteiligt waren. Ich bin total berührt. Ich wurde gefragt vorhin, ob ich nächstes Jahr wiederkommen würde. Die Antwort war sofort, ja, mache ich. Also unser gemeinsames Highlight heute war im ganz Besonderen, weil einer überrascht worden ist, der uns unglaublich am Herzen liegt, der es absolut verdient. Und es war. Das erfahren Sie am 26. November um 20 Uhr auf Quest 24. Bis zum nächsten Mal.